... eine Stunde warten wir. Ja, ja. Sehr schön. Du was? Ich stelle mal warte. Diese blöde Zucht mit rein. Die fährt dann alle zwei Stunden. Und zwei Stunden mit alle. Ja. 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 Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Frau Gäste. Wir begrüßen Sie recht herzlich am Ort des Metronom auf dem Weg nach Uelzen. Beifragen oder für Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Und unser nächster fahrplanmäßiger Halt in etwa 10 Minuten ist Hamburg-Fahrburg. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Nein. Also, ob der Anzeigestand für uns ist die Nachricht. Wie in der Öffentlichkeit für uns ist die Praxis-Gutage-Zufriederung. Das weiß ich nicht. Oder schau, der will nicht. Die ist bei uns da unten wieder zu wohl lösen. Oder nicht mal. Nein, bitte. Das heißt, das ist hier. Nein, das ist ja auch gut. Hallo! Wir sehen uns im nächsten Video. Kaffee Wir sind hier bei den Aufwand lang gefahren. 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 Wir sind hier bei den Aufwand lang. Wir sind hier bei den Aufwand lang gefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017